...assiv jetzt, attackieren, Frühjohn, was für ein Tor! Olaf Thun auf die Stiefelspitze von Jürgen Wegmann. Und ich habe selten einen derart herrlichen Treffer gesehen. Die Zeitlupen wiederholt. Olaf Thun und schierenschlag von Jürgen Wegmann. Gespielt sind 34 Minuten. Und offensichtlich hat sich Jürgen Wegmann bei diesem Treffer selbst etwas wehgetan. Vielen Dank.